Guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Mangan. Der Film gehört zur Reihe Elemente. Als Vorkenntnisse solltest du die Naturwissenschaften des 8. Schuljahres beherrschen. Mein Ziel ist es, dir einen Überblick über die Eigenschaften des chemischen Elements Mangan und seiner Verbindungen zu verschaffen. Der Film besteht aus 8 Abschnitten. 1. Ein Manganerz kannte bereits Plinius. 2. Mangan im Periodensystem der Elemente. 3. Die Entdecker. 4. Eigenschaften. 5. Erze. 6. Herstellung. 7. Im Eisen, im Stahl und in der Bronze. 8. Mangan und Leben. 1. Ein Manganerz kannte bereits Plinius. Plinius, der Ältere, war im ersten Jahrhundert mit dem Manganerz Pyrolysid gut vertraut. Er hielt es für eine Spielart des Magneteisensteins. Warum es aber selbst nicht magnetisch ist, erklärte er. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com